Wir wollen, dass ihr uns vertraut Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt Wir wollen eure Pickaxe sehen Wir wollen den Lava untergehen Sehr gut Jetzt geht es nämlich ein bisschen schneller hier So, das war mir jetzt wichtig Ach komm, dann kommen wir den Koppelstone auch gleich wieder weg Dann haben wir zwei übrig, das passt Und jetzt muss ich hier dann schon langsam schon wieder anbauen, was die Barrels angeht Ich würde ein neues Metall haben Machen wir das dann da noch rein Ach komm, machen wir das da hoch Glas ist sowieso schmal, dann kann ich Glas eigentlich da oben hinsetzen Ja, ne, ich hab grad hier Dann kann ich nämlich einen Barrel auch noch da mit reinpacken Ne, das passt So Der läuft mit 500 Ja Das müsste eigentlich passen Das haben wir hier, das passt auch Ah, Moment Ach, ne Passt nicht Das stimmt Naja, ich muss hier noch Hier unten muss eigentlich auch noch eine Leitung rüber Das eher Filter haben wir jetzt keinen mehr Dann brauchen wir mal noch einen Filter Filter Und zwar der einfache reicht Papier, Glas, Eisen Was ist das für das Glas? Papier Ich komme dann auch gleich rüber mit den Dings hier, ne Okay Ich will hier nur schnell noch den Filter Nightlist Mal kurz gucken Genau Und das dann nur Ziganit Äh, hä, ne Ach, Blacklist Ziganit Blacklist Ziganit Hoffentlich haben wir da jetzt gerade eins Ähm, was hattest du mit den Kopfdingern Was war das? Was musste man da drauf machen? Mit dem Kopf, ne? Also diese, die Axt mit dem Ähm, ähm, hm, hm, hm Gott Ne, weiß ich grad nicht War glaub ich nicht so schlimm Wie müsstest du denn in dem Buch nochmal gucken? Ich hab die auch noch mal Ich hab die, die Ich hab die glaub ich auch zu mal Oh war's aber so schickes Material Real. Modified. Das ist aber kein Klonit. Ja komm, lass mal den jetzt. Ist egal. Schau. Vielleicht mal den Zunit dabei ist. Ach so, ein Obsidian und eine Ender-Perle. Kann das sein? Das kann sein, ja. Also, auch eher billig. Dann machen wir das doch noch. Ich habe die Axt jetzt nämlich geschärft, weil du immer sagst, du machst die Spinnen mit einem Schlag. Ja, habe ich meine auch. Nee, ich hatte es nämlich gerade getestet und war immer ein halbes Herz über. Und dann so nachgeguckt, oh, ich habe ja eigentlich erstmal nur so 20% Schärfe drauf. Da können wir noch was tun. Nee, also ich habe jetzt was ging reingestopft. Ich auch. Ich bin jetzt bei... Fast 20 Hearts. Plus okay. Wie 20. 20 Damage. Also 13 plus... Warte mal. Mal gucken. Checkt. Mining. Checkt mal die Falle. Doch. 13 plus 6,5. Ah ja. Ah ja. Und du? Was soll ich dir sagen? Nee, erzähl. 19 plus 9,5. Da hast du mal ein Modifier drin, ne? Ja, ich habe nochmal gepimpt. Modifier reingepimpt. Mit teuer Diamantblöcken und Zeug. Ja. Ein Modifier ging sogar noch. Also... Aber da braucht man dann diesen... Wither... Nee, den Netherstar. Netherstar. Ja. So. Immer wenn man ein Viech braucht, ist kein Star. Ach so, ja. Ich habe hier die Enderlily. Hast du da schon irgendwas umgebaut? Kann ich die irgendwo reinstecken? Hast du den jetzt gerade erschossen? Nee. Wieso ist der ertrunken? Äh, Enderlily? Nee, gibst du mir. Ich habe doch nichts gemacht. Ja. Ups. Untersprungbrett. Jups. Oh, dann. Fünf Stück. Okay. Da stelle ich mir eigentlich auch so eine Pipe vor, die eine zu dir liefert, eine zu mir, eine zu dir, eine zu dir. Keine zu dir, zwei zu mir. Ja, ja. Aber klar. Ähm. Also in den alten Dingern konnte man die Pipes mit Random und sowas versehen. Ja, wobei, wenn du eine Abzweigung hast... Die geht immer nach Länge, wenn du da nichts machst. Ach ja, okay, mit denen Pipes. Die anderen Pipes, die wechseln dann ab, ne? Die, die wir früher verwendet haben. Ja. Ja. So, ich kann doch mal was essen. Gut. Und du brauchst diesen Auflade-Dings wirklich nicht, weil dann würde ich mir den holen. Ja, mach mal. Ja. Weil dann, dann spare ich mir die Enderman Köpfe. Ich hab zwar extra Enderman gefarmt dafür. Okay. Schau ich den auch endlich ab, aber... Na, den hätte ich schon gern, weil ich so viel Stromzeug jetzt hab. Und die Quarry hat ja jede Menge Dungeon-Chests auch abgeräumt. Ich hab ja jede Menge Schmarrn bekommen. Was ich leider immer noch nicht hab, ist dieses Siegel. Wo hast du denn Dungeons her? Ich versteh das nicht. Also ja, ich hab tonnenweise von diesen Bricks... Ähm... Aber... Da war nie ne Kiste drin. Doch. Doch. Jede Menge. Also ich hab... Wenn ich hier mal reinschaue... Von diesen Pages hab ich jede Menge. Dann Sattel, ähm... Gold Horse Armor. Ich hab das gesehen, ja. Aber... Die hab ich mir alle selbst geholt, indem ich durch Netra gerammt bin. Ne. Da kamen bei mir einige raus. Okay. Macht der die Kisten dann wirklich... Macht der die leer? Ja, mein ich. Und baut sie auch ab. Ich hab auch vier, äh... Broken Spawner zum Beispiel. Zombie Spawner. Okay, das würd ich ja sogar noch verstehen. Die hat er... Aber... Hast du auch Kisten gekriegt? Ja, waren auch Kisten dann. Normale Holzkisten halt. Hab ich noch nie gekriegt. Also offensichtlich bin ich in einem anderen Gebiet. Wie du. Nicht möglich. Aber das hatten wir ja auch am Anfang, wie du... Dass du da extrem viele Diamanten rausgeholt hast. Und äh... 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 Das lief eine Weile sehr gut, ja. Und ich hab auch jetzt, ähm... Eigentlich müsste ich jetzt fast mit Soundcraft anfangen, weil ich hab so viele Soundcraft... Äh... Saumium Eggs... Und äh... Saumium Ho... Hab ich... Hab ich gekriegt. Und ähm... So Gold... Amors und Schwerter... Ähm... Okay. Auch... Weiß nicht, ob die... Wir waren wahrscheinlich dann auch in Kisten, weil Viecher tötet der ja eigentlich nicht. Ne, und die Quarier rennt. Rent. Immer noch. Ne, grad nicht. So. Schau. Schau. Dunkel ist es. Zyanid. Kommt immer hier rein. Gut. Das heißt, ich brauche ein Upgrade. Ne, du selber? Ja. Bedingt. Ah, okay. Aber ich seh jetzt hier... Also entweder ist jetzt grad die Quarry fertig, weil der zweite Reaktor lädt sich hier langsam wieder. Okay. Das ist wirklich unangenehm. Ähm... Da reichen auch hier diese Reaktoren nicht mehr. Dann muss man wirklich dann große bauen. Damit sich das rentiert. Aber gut, Lackwerk ist natürlich generell auch nicht verkehrt. Ja. Guten Tag. Ja. So. Ach so, jetzt kann ich mal schauen, ob der sich jetzt hier... Ach, der lässt sich jetzt auch mit 200. Ja, okay. Also so scheint zumindest jetzt auch mal zwei Reaktoren. Ähm... Wollen wir mal schauen. Irgendwann wird man einfach das Hildorium wahrscheinlich ausgehen. Okay. Okay. Ja, momentan noch nicht. Ich hab noch jede Menge. Ähm... Mhm. So. Ach, und hier regnet es wieder. Ich müsste ja nicht fast mal auf meinem Altar irgendwie noch ein Dach hinbauen. Hier regnet es immer. Ist abgebaut, okay. So. Ja. Das sind wir wieder. Jetzt würde ich eigentlich noch gerne einerseits hier einen Schalter hinbauen. Vielleicht noch eine dritte Solarzelle. Eine dritte? Das ist ja süß. Mhm. Ja, nein. Hier für den... Ja, ich weiß. Du bist der... Ich glaub, die baue ich noch schnell. Dann baue ich noch so... Red... 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 Redstone Conduit. Oder? Wie heißen die? Und die Leitungen. Weil dann bauen wir das mal fertig. Da oben. Wie gesagt, ist auch nur Übergangsweise, weil eigentlich soll das Ganze so ein wenig autonom da oben sein. Ja, was ist denn los? So, ich habe auch so... Das Sauer 3 werden nicht reichen. Da werde ich mehr brauchen. Uiit. Confused. Confused Quarz. Müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen was herstellen. 19. Das sollte reichen. Und jetzt brauche ich noch... Reicht das? Sollte eigentlich das hier fast reichen, oder? Redstone Conduit. No, ich bin HOB oder slipkonto... Über uns wo die fueron da. Ich gehe jetzt mal wieder. Vielen Dank.